Mein Name ist Franka Lehfeldt und ich arbeite im RTL Hauptstadtstudio. Natürlich habe ich das nicht immer getan, sondern das war ein ganz schön langer Weg. Wie ich da hingekommen bin und wie viele Umwege ich gegangen bin und ob man sich in seinem Leben vielleicht noch mal ganz neu ausrichten kann beruflich, darüber würde ich gerne mit Ihnen, mit euch auf dem Assistentinnenkongress sprechen. Ich freue mich wirklich sehr, dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Zu viel verrate ich an dieser Stelle nicht. Ich sage nur, ich freue mich und bis bald. Ich freue mich.